Ach ja, hier. Achso, das kann ja nur hier. Ja, bitte. So, gab's das jetzt? Als Belohnung? Wahrscheinlich sehen wir das noch hier. Im realen Garten. Oh, ah, okay. Das ist ein Bösewicht. Ja, gut. Okay. Wie viele Steinchen haben wir denn hier noch? Das ist noch so... Ah, komm mal, da oben ist auch noch eins. Ja, aber das ist eigentlich... Achso. Wie meinst du? Kann ich da... Oh. Ja, kann ich. Nee. Na, ähm, gut. Oh. Ah, okay, doch vielleicht. Ah, eins von vier. Da unten ist der zweite. Achso, okay. Alles klar. Das sollte... Das sollte... Ein Problem sein. Oh Gott, Alter. Ich bin gleich ganz oben. Macht ja nix. Oh, ganz oben ist sogar noch irgendwas. Oh. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Oh, it's Erde. Genau. Mit richtigen Reihen vergesen, oder? Ach, shit. Oder gleichzeitig. Ah, okay. Eine ganze Reihe davon ist im Raum verteilt und ich bin überzeugt, dass sie etwas mit diesen Zielen zu tun haben. Ja, wahrscheinlich. Ich habe versucht, sie alle wahllos abzuschießen, aber es ist nichts passiert. Und was hast du übersehen? Ja. Vielleicht. Oh Gott, guck mal, hier sind zwei, so eine... Ja, ja. Ein betörender Plan. Beispiel, Geschichtsmodus. Achso, das haben wir bereits gemacht. Achso, ja. 54% und das hier, eine fabelhafte Rettung. Okay, 60%. Okay, alles klar. So, haben wir gemacht. Gott, dammit. Ich brauche halt echt einen zweiten Mann noch hier unten. Tja. Also, das ist jetzt ja blöd. Das ist wirklich blöd. Also, ich brauche halt einen Jedi hier unten, weil sonst... Was zum Henke, was ist das denn? Absolut, keine Ahnung. Ja. Ähm. Ich mach das mal ganz kurz hier. Na klar. Ja. Da muss ich jetzt ein bisschen aber auf nachdenken, so. Mir ist schon fast gleich. Ja, mir auch. So, ich nehm noch einen Stein mit. Der ist hier unten. Okay, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich habe mich allein geschafft. Ja. Gut. Ich habe dir dabei noch einen Stein geholt. Das war jetzt aber auch ein Murks. Oh, Alter. So, ich habe jetzt auch einen Stein. Hast du es abgelegt, oder was? Ja, weil wenn du es ablegst, ist es wieder verschwunden. Ach so. Ich musste aber davon dort oben runter. Oh. Was macht er denn für Stresssachen? Alter, Finne. Siehste, wieder in kürzester Zeit drei Steine weniger. Ja. Sind dann nur noch über 1000 oder sowas. Ja. Das schaffen wir bis morgen. Sehr zuversichtlich. Ja, klar. Ach so. Sieh. Das habe ich ja ganz vergessen hier. Ja, viel Spaß. Oh. Sag mir nicht so ein Müll. Ist das so ein Verschiebelding, oder was? Oh, ach scheiße. Okay. Ja, ich sehe schon. Verrat mir doch mal eins. Eins. Müssen wir fliegen? Warum? Ach so, von hier wahrscheinlich. Ach ja, da brauchen wir diesen Spezialisten. Ja. Haben wir den nicht? Nee. Also, den haben wir schon, aber die Fähigkeiten, wird erst in Episode 7 oder sowas freigeschalten? Ah, ja, gut. Ha? Was ist, wenn ich da drücke? Oh, nee, haben wir. Ja, aber die Fähigkeit nicht. Weil die können ja bauen. Bauen will ich gar nicht. Der muss fliegen. Oder gleiten. Kann ja aber nicht. Vielleicht nicht. Weil das erst freigeschalten wird. Ändern sich alle. Aber muss ich jetzt das Logo machen, oder muss ich das Logo machen? Sagt mir ja auch keiner. Nee. Ich glaube, wir haben auch gehört durchs Feld. Irgendwo. Aufklettern. Ah, doch, da war was. Ah, okay. Bitter. Bitter. Augen zu und durch. Hat funktioniert. Und da komme ich nicht dran. Ohne Hilfe. Ah, das ist deswegen wahrscheinlich die Kiste, die da unten noch liegt. Oh, zu viel. Ich bin hier hoch jetzt wieder. Oh. Fuck. Kann ich mich einkriegen. Ah. Wir müssen. Okay. 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 Wir müssen dagegen gedrückt werden, die Kiste. Aber es kann nur deiner, komischerweise. Weil ich, äh, die Macht habe. Ja, aber Lea doch auch. Nein. Doch. Klar. Hat Lea Macht? Ja klar, das ist auch ein Jedi. Ihr habt die Pläne. Ja, so viel Glück. Aber. Ja, Luke weiß ich. Ja. Die wissen es, glaube ich, noch gar nicht in Episode 4. Ja, deswegen ja. Ja, deswegen, ja, deswegen haben sie die Fähigkeiten noch nicht. Ja gut, okay, macht Sinn. Ähm. Wo ist du schon, äh? Maul. Bist du gewachsen seit dem letzten Mal? Ach, das ist jetzt wieder so ein Spaß. Ja. Ja, ja, bitte. Easy, pop easy. Gutes Timing im großen Tempel. Na, schwierig. Okay. Uh. Oh. Nein. Oh. Ah, die ist bohnt. Scheiße. Ja. Ja, ich glaube, ich mache dich auch. Macht mal alleine. Zieht die wieder hier unten? Steht die wieder unten. Boah. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo du bist. Also, ich bin komplett verloren. Ich bin einfach von ganz unten, die Treppen ganz oben rauf, außen. Ja, ich gehe halt mal hoch und dann bin runter und dann ist da noch ein Stein und dann ist hier noch was. Ja. Ist, äh. Das kann halt passieren, nicht wahr? Also, ich war noch nicht hier so wirklich oben. Ne, hier war ich schon. Zu hier. Ah, okay. Okay, dann spawnt er sofort. Alles klar. Da brauche ich dich. Da brauche er mich. Hm. Hier ist aber auch nochmal Blechhaufen. Ja. Dann mach doch mal Blechhaufen. Ja, ja. Bin ja schon heute drüber. Oh, ach so. Ich kann natürlich auch. Ja. Ja. Das geht natürlich auch. Oh, wo bin ich denn jetzt wieder reingeraten? Ach so, ich kann nur die Blecheimer hochheben. Ach so, ich kann nur die Blecheimer hochheben. Okay.